Los, komm mal mit, das muss ja was sein. Oh, was geht's denn? Das hier ist das Greifer. Greifer, los, versuch mal. Kann ja nicht so schwer sein. Das ist ganz, ganz einfach. Ja, dann gucken wir mal. Und da. Und rein, der Vogel. Ja, ah. Komm, versuch noch mal, noch mal. So, und... Zweiter Versuch. Beim ersten Mal nur Pech, aber beim zweiten Platz sofort. So, und wir gehen runter. Ah, meine Kugel. Moment, Moment, ich zeig dir mal, wie es geht. Also zuerst, verbindest du dir die Augen. Gib mir mal die Münze. Bitte. Dankeschön. Jetzt her. Und? Ah. Kann ich klappen? Sei der Krach. Nein, was sei der Krach. Der war denn? Unmöglich. Wirklich? Ja, ich hab gewonnen. Haha. Du bist nicht holzisch. Ganz einfach. Moment. Oh, nicht holzisch. Haha. Naja. Die haben wir auf jeden Fall.